Darin wird es rein Oh, ich wollte beide gehen 30% ist voll jetzt haben wir die Münze durch die Einflation jetzt sowas Piratenabenteuer hattet hier Piratenaventure M Schneider Abstart hat 4 Euro gekostet ja einmal so eine Laufgeisterbahn wenn ich nicht stolze fliege ich schon mal geistert hatte ich schon mal früher mal 2018, 2019 hatte ich schon mal hier bei uns sind wir oh 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 Die Störle der Erde neben die Beraten vom Schwarzen Land vor Wanderer Zeit kämpften sie auf den Meer sie morbideten und blunderten bis vom Teufel der Ohren fuhren Am Ende der Welt sind sie gefangen durch die Finsternis und bewahren ihren Schatz Wer in ihren Höhlen betreten will muss bereit sein zu sterben Kommen sie mit aber suchen nach dem Schatz wie Pirates Adventure und erleben sie die Abenteuer Gucken sie gehen sie weiter auf 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 Das ist so gut. Wir fahren am Mord. Beleiten Sie sich vor auf einen Seeschlag. Okay, lange los. Wir legen ab. Halten Sie sich fest. Wie? Landratten? Spannend, Mann! Anzug! Ich weiß, dass Sie sich verstecken. Okay, abgreifen! Schieße! Schlag ist vor einen Bursch! Schlag ist vor einen Bursch! So, wir drücken Sie einfach. Ja, wir drücken Sie einfach. Ich will Sie doch, oder lebendig, verschaffen es nicht! Du bist ein Leber! Hau ab, schnell! Jetzt fass doch schnell! Schnell, schnell, schnell! Hau ab! Hau schnell! Du! War cool! Wow! Das ist cool! Wahnsinn! Kulissen-Walter! Kulissen-Walter! Hhahahahaha! Hau ab! Hau, auf! Da ist Ihr Schiff vor. Da muss man es halb brechen, oder? Wow! Hau. Ich sitze drauf, und der Schatz schmeckt mir außergewöhnlich gut. Ich muss ein bisschen rein gehen. Hörst du? Jetzt wirst du ein Passworter von mir schieben. Gehst du weiter? Geht immer weiter. Geht immer weiter. Hörst du? Hörst du? Hörst du? Hörst du? Hörst du? Zum Notfall kommt man da raus, wo man angekommen ist. Let's get out. Was ist das jetzt? Ja, aber wie geht es jetzt weiter? Ja, hier geht es nicht weiter, da geht es nicht weiter. Ja, jetzt geht die Tür zu gerade. Ja, hier geht es nicht weiter. Wie geht es dir? Du siehst nicht gut aus. Ich glaube, wir sind schon angekündigt. Hecke aus deinem Bein. Und wenn du nie so schnell losmachst, du legst dir deine Fettel raus. Ist das echt bei uns ein Wader? Wie sind wir das tun wollen? Was ist das? Ja, das ist gut. Wie ist das? Das ist ein Lecker, als ich habe hier eine Tres mitgebracht. Ah, cool. Das sind die Dachstelle. Das ist ein Lecker. also weiß der Haarjäger vom Spritz, der Papagai keine Lust dafür das ist der Pink das ist cool jetzt gehts hier runter schöne Bilder also hat sich eigentlich orientiert ok oh gut hat sich eigentlich orientiert man denkt man ist so das oh 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 das war echt verschockt das war ein Piratschiff wow cool Wahnsinn ist es gerade dann Kraken ey Piratschiff soll es wieder ein Scherz sein ich geh die Tür einfach hier zu das so kommen wir nie weiter also jetzt ist er hier lustig hier Tür geht einfach hier zu gut jetzt machen wir hier wieder mal ich geh mich lustig hier boah der Expresser schritt sich echt voll dann denkst du da ist doch keiner drinnen oder? nein das ist geil da hab ich ein bisschen warten boah das lässt sich vor so einem Sauna und dem Bildschirm der Deckmal das ist geil das ist lustig der Deckmal echter guck mal raus und außen ist echter hier ein Ding guter Watterraum und dann haben wir unser Meer da kommt er wieder Wahnsinn ey da kommst du immer wieder hallo gut das ist lustig 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 jetzt geht er in die Tür auf gut hier ja hey ja ja das ist von mir ganz allein du stink Ich bin am Land, aber weg! Leckerlis! Hey! Hey du! Leckerlis! Pass auf dich! Aus! Was? Eine Bucke-Diele! Was? 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 Sind wir da am Nachschirm? Oh ja! Das ist gut! Ach, gut! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ah! Das ist so cool! Oh, unser Kappel! Ja, ja! Das war's, Bruder. Radensucht. Das war voll cool, das Kettenkaufsaal. Das ist nicht verwandelt. Das ist nicht verwandelt. Das ist nicht verwandelt. Das sind die fünf Freunde. Und jetzt auch meine Freunde. Das ist nicht verwandelt. 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 Fünf Freunde, das sind wir